Ja, das geht noch, finde ich. Könnte natürlich auch ein bisschen cooler sein, aber... So... Ich würde sagen, Sylvanas ist hier stärker. Ich geb's in deine Hände, nur in Kälters wär halt trotzdem blöd, nee. Nein, kein Sylvanas. Mit den Spinnen, das ist richtig übel. Ich glaub, jetzt brauch ich noch vier Spiele. Ah, danke! Oh, hoffentlich wollen die nicht selber Auriel spielen, ne? Wenn der Rega nennt, soll er Bloodlust nehmen. Oh, kein Damage hab ich gehört. No Damage Team. Ja, sowas besser. Powerlord. Vier Wins, Junge. Das ist schon wieder ein bisschen in weiterer Ferne als dein letzter Einer Win. Ich höre den Ruf. Tut mal gut. Ich bin hier, um zu helfen. Jaina. Boah, wir haben keinen Damage, ne? Boah, machen wir's trotzdem? Ja, oder? Oder soll ich switchen? Nein. Nee. Dann ist die Kombi zerstört. Wir können den Rega ja auch mal fragen, ob der Bloodlust spielt. Ja, frag der mal. Oh Gott. Machen wir. Lass was trotzdem nehmen, oder? Ja. Ich weiß es nicht. No, sagt der. Fünf Sekunden haben wir noch. Das ist bad. Ja. Ja. Okay. Wir stehen immer. Hoffentlich kein zweiter Supporter, das könnte uns... Nice. Okay. Ein zweiter Supporter würde uns, glaube ich, das Genick brechen. Jo. Da war gar kein Damage mehr. Ja. Alle Platin 1 oder Diamond 5? Ja, gut, der Dwarf ist natürlich kacke, aber... Übelst, ja. Was hätten wir machen sollen, dann ist die Kombo kaputt. Ja, ja. Und so können wir vielleicht das Push-Game gewinnen. Mhm. Und im Teamfight unkaputtbar sein, eventuell. Ja. Und Athanis macht ja auch... Mit Bloodlast. Ja, mit Bloodlast. Athanis macht ja auch ein bisschen Damage, du machst Damage. Ja, ich meine, was hätten wir sonst nehmen sollen. Teig ist weg. Ich meine, gut, ich hätte einen Kalli machen können. Ich habe auf dem Account nichts mehr, aber ich glaube, außer Valla oder so. Ja, ist schon okay. Wir pushen Bot ein. Da wird der Nasobob auf uns warten. Wappnet euch! Die Schlacht beginnt bald! Hör die Scheife! Wir werden diesen chaotischen Reich Harmonie bringen! Die Schlacht beginnt in... 10 Sekunden! 5, 4, 3, 2, 1... Riga, weißt du ja, dass du die in Mainz? 5, 4, 3, 2, 1... Okay, sind alle in der Mitte? Wollen wir da echt schon eine Schlägerei machen? Nein. Wollte ich nochmal gucken. LOL. LOL. Wir sind wahrscheinlich in der Tower gelaufen. Jetzt hätten wir da schon noch reinengaggen können, aber das ist okay. SP-Vorteil. Ich brauche mal einmal kurz in der Tower. Okay, doch nicht, doch nicht. Hier. Ich glaube, damit hat er nicht gerechnet. Okay, wir sind ja weg. Was ist das? Lass dich los? Das ist ja weg. Und das ist ja weg. Ich bin ja weg. Das ist ja weg. Das ist ja weg. Ja, ich bin ja weg. wenn wir nicht schon so low gewesen wären das ist keine Ammo, man Oh nein, der Heal hat nicht gereicht. Mhm. Die kamen auch alle runter, ne? Der einzige, der geholfen hat, war Moraline. Naja, aber ist ja okay. Ich mein, jetzt sind wir halt XP vorne, ne? Weil die Lanes jetzt bei denen nicht besetzt sind. Wenn wir so... Oh, das war knapp. Wenn wir so trainen, ist okay. Okay. Der Pfad des Lichts. Gemalt ist hier. Ja, aber im Fight haben wir bessere Karten, glaub ich sogar. Mhm. Der stirbt jetzt. Ah, shit. Ah, der hält so viel aus. Geht nicht so schnell. Okay. Denkt dran, ich bin noch nicht Level 7, ne? Mir fehlt noch ein bisschen Energy. Für die richtigen Big Plays. Stimmt. Das ist das Dach. Weil wir schon Lanes sind beim Lanes. Jetzt sind die Verdensatzgeklärung. Wenn die Lanes sind. Dann sind die Lanes für die Lanes. Wie kommt das Verteidigung? Aber es wird auch verkauft. Es ist ein Unfall mit Leiter. Nein, du hast leggerlich. Oh nein. Ich bin mir diese Lanes, also etwas komisch Motiv zu machen. Ja. Okay, wir sind weg, wir sind zu low. Ah, turn in von uns, ich geh zum Pool. Ja, warte, ich auch. Scheiße, ich bin tot. Hatte der Rega nichts mehr oder hatte der keine Lust? Ach. Boah, bitte, bitte. Ja, aber 2 für 2 bei Spinnen ist eigentlich trotzdem gut, ne? Ja, die dürfen unten gehen. Spinnen hat noch drei Viertel ohne. Spinnen. Ja. Oh mein Gott! Really nice. Ah die, I'm turning them up? Okay. No. Der kann auch eigentlich den Schlag nehmen, oder? Ich weiß nicht. Den was? Nee, nee, schon gut. Warte mal hier. Wir müssen defen, oder? Wollt sein. Kann auch hier defen. Wollen, Maggie? Komm zu mir. Ja. Shit. Too much. War leider nix. Boah, defen jetzt auch noch. Boah. Warum haut der da? Was macht der denn? Der war doch schon weg. Zerstört ihre Konstrukte. Holt mir die Juwelen der Macht zurück. Zeigt keine Gnade. Gs guys. Was? Der zweite Turn-In? Oh, Gott. Was? Der zweite Turn-In? Hey Hey Wir verlieren unser Keep, ey, das darf ja wohl nicht wahr sein, Junge Ich werde nicht wanken Wollen wir mal top bleiben jetzt? Ja Wir haben 56, wir müssen alle einzahlen Vielleicht lassen die sich da unten nicht farmen Aaaaaaahhh Ja Ja Oh Ah Ah, die machen hier Kleingruppenaktionen, ist bad. So, nicht wahr, ne? Okay, geht nicht. Kann ich vorbeißen. Kann ich. Ich werde nicht wanken. Mach einmal der Root OP. Ach Gott. Ah, viel. So und so nicht. Zwei fehlen. Ah, deine zwei. Ah, ich kippe auf, äh. Ich nehm. Hä, wo sterben die denn? Okay, man. Unser Kippfeld. Ah. Okay, man. Unser Kippfeld. Die splitten sich auch zu krass im Kampf. Egal, passt schon. So schlecht sieht es auch nicht aus, aber wir müssen mal, äh, was einreißen jetzt. Ja. Am besten irgendwie, äh. Lassen die nochmal fighten. Ja. Wir werden jeden fight. Egal. Oh, na. Es wird nix. Was ist ein Feed von dem? Ja. Wir können hier auch noch drücken. Ja, lassen wir hier drücken. Okay. Vielleicht kriegen wir auch nen Key. Oh, lasst euch von dem Regen bestrahlen. Warte. Ach, wir hätten das schon gekriegt, ey. Man. Oh. 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 Da ist mehrere rum. Von unten laufen sogenannte die 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 richtige beschäftigen Come. Jetzt nur die da und sie wirken. route dich einfach mal auf jeden Fall von uns. Hier hat es наверное hier LISAORT gekriegt. Hartung. Ah, ich komme nicht raus. Ich bin zu dick. Oh, der macht schon wieder den gleichen Fehler. Nice Feeds. Habe ich gerne sowas. Um, der Part des Lichtes. Oh. 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 Oh, der Tag wird in der Death. Ah, ich bin so ein. Oh, der Tag wird. Oh, der Tag wird zu. Oh. Oh, der Tag wird. Oh, ich bin Silenced. Gibt die Leute noch nicht alle soviel Tipps? Spielen wir nächste Runde gegen die, dann ist der Bun real. Nice, nice.